Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin Simone Schlafhorst-Biermann und vielleicht sehen Sie sich gerade dieses Video an, weil Sie gerne wissen möchten, wer steckt hinter dem Konzept der neurotechnischen Tools und wie wurde dieses Konzept überhaupt entwickelt. Mein Name ist Simone Schlafhorst-Biermann, ich bin 54 Jahre alt, ich habe eine 16-jährige Tochter und ich bin verheiratet. 1995 habe ich begonnen mit dem Tango Argentino hier in Buenos Aires, weil ich damals für deutsche Markenführer tätig war im Bereich Marketing und Vertrieb. Später bin ich nochmal zurückgekehrt nach Südamerika und habe hier meine Tango-Lehrer-Ausbildung gemacht, nachdem ich schon einige Jahre in Deutschland und Europa als Tango-Lehrerin eigentlich tätig war, wollte ich gerne ein Zertifikat machen und habe das hier in Buenos Aires auch getan, mit einem Fokus und Schwerpunkt auf Tango-Therapie. Zu diesem Zweck habe ich sehr, sehr viele Tango-Therapie-Kurse besucht, habe mir Konzepte von anderen Therapeuten und Medizinern angesehen, und zwar aus dem Bereich Psychologie, Neurologie, Tanztherapie, Tanzpädagogik und habe daraus meine eigenen Schlüsse gezogen und mein eigenes Konzept entwickelt, da ich gesehen habe, dass jeder von diesen Therapeuten völlig anders und unterschiedlich arbeitet, obwohl es sich ja eigentlich um die gleiche Therapieform handeln müsste, hat jeder völlig andere Übungen gehabt und teilweise die Bandbreite ging von ähnlich einem normalen Tango-Kurs bis hin zu Übungen, die weder musikalisch noch von den Bewegungsabläufen etwas mit Tango zu tun hatten. Mein Konzept sollte dort ganz anders sein. Es sollte ganz leicht und einfach für die Therapeuten anwendbar sein, selbst wenn sie keine Musik- und Tanzvorkenntnisse mitbringen. Es soll reduziert sein auf oder extrahiert die Tango-Techniken beinhalten, die wirklich Wirkung und Veränderungen mit sich bringen. Und nach der Entwicklung dieses Konzeptes bin ich dann nach Deutschland zurückgekommen und wurde gleich von einer Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe angesprochen, dieses anzuwenden. Die wussten natürlich auch schon, dass Tango-Therapie besonders gut bei dieser Erkrankung hilft und so habe ich begonnen, mein Konzept dort anzuwenden und noch um ein Vielfaches verfeinert, um effektiver mit dieser Patientengruppe arbeiten zu können. Da einige Problematiken aufgetreten sind durch Konzentrationsprobleme, Koordinationsprobleme, kognitive und auch motorische Einschränkungen und deshalb habe ich die Neurotools zusätzlich entwickelt, damit diese Zielgruppe speziell noch bessere Erfolge haben kann. Später wurden dann die Psychotools entwickelt von mir für die Kollegen aus der Psychotherapie, die spezielle Notwendigkeiten hatten, ihre Patienten zum Beispiel erstmal heranzuführen, im wahrsten Sinne des Wortes in einen Raum zu bringen, mit Menschen in körperlichen oder auch in visuellen Kontakt zu bringen. Durch die sensationellen Erfolge, die die neurotechnischen Tools hatten, sind ganz schnell Therapeuten und Mediziner auf mich zubekommen, die diese Techniken von mir erlernen wollten und daraus ist der Neurotango-Praktitioner entstanden. Erst hieß das Ganze Trainer der Tango-Therapie, weil es nur auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum beschränkt war und später hieß es dann Neurotango-Praktitioner, da wir mittlerweile in 18 Ländern Neurotango-Praktitioner zertifiziert haben und die diese Techniken anwenden mit sehr, sehr großem Erfolg. Übrigens haben wir auch in Deutschland große Institute und Krankenhäuser wie die Charité Berlin, wo ich bereits Inhouse-Schulungen gegeben habe, die auch ganz begeistert Neurotango anwenden, nicht nur die Therapeuten, sondern vor allen Dingen natürlich die Patienten sind begeistert von einer Therapieform, die, wie Sie selber sagen, sich nicht anfühlt wie Therapie. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne über die Webseite tango-therapie.com an mich stellen und würde mich freuen, wenn ich Sie kennenlernen könnte, wenn Sie sich persönlich an mich wenden, ich Ihnen vielleicht noch Fragen zu dem Konzept oder zu mir beantworten kann. Bis dahin, alles Liebe, Ihre Simone Schlafhorst. die Erkenntnis-Burre,